Du bist erledigt. Hm. Äh, öffnen. Könnte da wahrscheinlich rein. Ist da irgendwas? Oh Gott. Ich könnte hier rein. Oh, tut mir leid. Der ist down. Knack. So. So geht das. Okay, warte. Machen wir es einfach so. Ich liebe dieses Snipergewehr. Das ist super. Ja, hier geht irgendwie nix. Also keine Anzeige. Das ist auch wieder geil. Schlitter. Check, check. So, hier noch was. Da oben ist was. Mh, da ist blau. Wie gesagt, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Wow, 13 Dollar, 86 Dollar. Das ist nicht viel. Dann haben wir hier. Lokales Netzwerk. Soundsystem. An, aus. Okay, ist nichts besonderes. Gehen. Hirimus Büro. Alles klar. Sind wir ja gerade auf dem Weg dorthin. Ich will aber erstmal in die andere Etage. Ich will das einsacken. Ich auch. Geh zur Überwachungskamera vor dem Sicherheitsraum. Ja, ja, wir sind da dran. Na komm. Ne, steht die Waffe. Ich kann sie nicht nehmen. Oh. Okay. Sind die alle inne? Die Leute. Was hat sie vor? Das ist unser Ziel. Hiromi Sato. Wer sind die anderen beiden? Das Publikum für unsere heutige Präsentation. Hiromi ist ihnen direkt unterstellt. Und jetzt werden sie sehen, wie er drauf geht. So war das nicht vereinbart. Sieh mich an. Siehst du das? Das Gesicht sagt, keine verfickte Überraschung. Ich kenne die Klaus. Für die ist Macht gleich Stärke und Rücksichtslosigkeit. Es ist der einzige Weg. Ich hole sie gleich raus. Sie werden nach dem plötzlichen Erwachen nicht glücklich sein. Eine Show endet, eine andere beginnt. Genauso gut und unvergesslich. Kapiert? Mhm. Als wäre das nicht genug, ist es obendrein das, wohin Hiromis Inkompetenz uns geführt hat. Moment. Was zum Teufel? Ich beobachte Hiromisatos sinnlose Bemühungen schon lange. Aber das... Ich glaube, es ist offensichtlich, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wie? Scheiße, was tut sie da? Das Klaus braucht ein neues Management. Verstehe ich das richtig? Die ist... Warte, Maiko. Ich glaube, du übertreibst ein wenig. Wie ich sehe, sind nicht alle einverstanden. Wie? Du musst die erledigen! Dafür sind wir doch hier! Die Puppen im Clouds erklären sich unabhängig. Sie werden den Club von jetzt an alleine führen. Wie? Überlass mir das reden. Die Tiger Claws bekommen einen Umsatzanteil, aber halten sich aus dem Management raus. Aufhören! Sofort! Ich habe alles unter Kontrolle. Nee. Du hast ja nicht mal deinen Söldner unter Kontrolle. Hiromi wird für seine Inkompetenz bestraft. Später. Und du wirst dich für diese Anmaßung verantworten. Jetzt, ich werde dich tot wic- wow, 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 wow! Ja, schön! Ja. Hast du eine Ahnung, was jetzt passiert? Ganz ehrlich, ich habe damit nicht angefangen. Ich wollte nur helfen. Ich wollte nur helfen. Und dann kommt so eine Scheiße bei raus. Also auf jeden Fall haben wir ein episches neues Schwert. Das ist schon mal nett was. Und ob ich die hab. Entweder du verziehst dich aus dem Clouds und kommst nie wieder. Oder ich mach dich gleich kalt. Hier und jetzt. Du hast alles sorgfältig geplant. Vergiss dabei aber eins. Ich hab auch einen Puppenchip. Ach ja, komm. Hey, wie, verschwinde dort. Tut mir leid. Der Ausgack ist unten im Apartment. Dann such den Fahrstuhl. Tut mir leid. Du hast mich, äh, du bist bescheuert. Du hast mich, bist bescheuert. Oh mein Gott. Okay, lass mal gucken. Wir sind ein bisschen überladen, ja. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas Interessantes, was wir jetzt nutzen können? Das ist besser. Erhöhet die maximale Sauerstoff. Das ist uninteressant für uns. Hm. Okay, das ist nicht so gut. Aber warte mal, wir können ja gleich mal was ausbaldobern. Ähm. Zerlegen. Zerlegen. Weiße Items können wir eigentlich immer zerlegen. Äh, limitierte Dämon-Hunter-Kappe. Weg. So, immer noch nicht besser. Was haben wir hier? Wir schauen mal, was haben wir denn hier? 95. Elegantes Nano-Gewebe. Grenzschutz-Schutzweste. Das sieht doch mal gut aus, ja. Die nehmen wir doch glatt. Dann werden wir die hier zerlegen. Mehrlagige Maroonskals sind Bomberjacke. So, die Panzerung um 11.000. Oh, die ist nur noch besser. Allerdings. Ach, komm. Nehmen wir weg. So. 3,39. Haben wir hier noch was Cooles. Was ist das hier? 55.4 freier Kleidungs-Mod. Okay. Kleidungs-Mod. Uh, Fortuna. 15 Treffer-Chance. 6 Panzerung. Bomb-Break-Air. Explosion. Wir machen hier mal das hier rein. So. Ähm. Die können wir zerlegen. Können wir zerlegen. Die können wir auch zerlegen. Und dich können wir... ...auch zerlegen. So. Zack. Wieder was weggemacht. Schuhe. Weg. Ähm. Weg. So. Sehr gut. Äh. Lass mal gucken wegen den Katana. Da haben wir doch dieses Legendäre jetzt bekommen. Wo ist denn das? Das hier kann weg. Was ist das hier? Zumitsukosi. Das ist... Boah. So ordentlich. Das kann er auch weg hier. Hat sogar noch einen Mod-Platz frei. Ich bin irre. White Nuggle. Der wird die Critter schon um 0,6%. Ja. Immer rein hier. Komm. Mehr Crit ist immer gut. Wir nehmen die Crit mit. Können wir uns jetzt schon mal was bauen? Fragezeichen. Noch nicht. Ah. Da fehlt's noch. Die Boja könnten uns bauen. Ein zu wenig Crit. Bluten. Brennen. Vergiften. Äh. Wenn wir gerade dabei sind, können wir uns doch gleich mal was machen. Vielleicht können wir ein bisschen was bauen. Was ist das hier? Können wir uns jetzt... Die Knarre können wir uns noch nicht bauen. Die könnten wir uns jetzt bauen. Die S.U.R. 320er. Ähm. Die Boja. Mit 442. Und die 421. Die Crash. Machen wir uns doch mal die hier. Die Boja. Okay. Nichts. Sieh weg jetzt hier. Okay. Ähm. Inventar. Dann nehm ich mir mal die andere Waffe. Die Boja jetzt mit. Äh. Ausrüsten. Mods rein. 4 Slots. Wow. Können wir gut upgraden. Nein. Äh. Okay. Nicht so ganz gute Mods. Aber ähm. Wenigstens etwas. Das war keine Smart-Waffe mehr. Aber... Tom und Roxy sind draußen in Sicherheit. Ihnen ist niemand gefolgt. Gut. Ihr runter auf die Straße. Warte bei den Imbissständen. Bin ich ja mal gespannt. Du. Hast sie umgebracht? Ich hatte keine Wahl. Fuck. 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 Du hast sie umgebracht. Dann hätte sie mich nicht angreifen sollen. Nicht meine Schuld. Kaufe ich dir nicht ab. Sorry. Das hätte anders laufen können. Na hätte. Maiko wusste genau, was sie vorhat. Was sie tut. Ihr war klar, dass es schief laufen könnte. Ich bin ja kein Killer. Sie steht sich für unverwundbar schon immer. Tja. Diesmal lag sie falsch. Mhm. Ich muss das verarbeiten und zwar allein. Na gut. Wir sehen uns wie. Wir stoppen. Hoffentlich war das... So. Mission abgeschlossen. Pieces. Lass mal schauen. Was haben wir denn noch? Play it safe. Maptan Pellen. Stadium Love. Neben Mission. Ich versuche erstmal so ein bisschen alles abzuarbeiten. Alte Freunde. Auftragskiller. Karubi Barei. Ja, das kommen wir nebens mit. Was soll's. Ich möchte die neue Waffe mal testen. Wo haben wir das denn da hinten? Am Arsch der Welt wieder. Hier ist das nächste. Geht ja noch 40 Meter. Ich will doch nur ein bisschen Action. Zwar keine Smartwaffe, aber dafür mehr Power und vor allen Dingen... Ich brauche ne Smartwaffe, ein legendäres Smartwaffen-Dings. So, 125 Meter. So, nicht sie weg. Okay, das ist die Bar hier. Ja, genau. Ja, Mann. Was ist das hier? Verlinken? Äh, okay. Ich wollte mich ja nur eigentlich verlinken. Ich dachte nicht, dass das gleich so ne... Riesenaktion hier startet. Okay, 1C. 1C. Und jetzt brauche ich nochmal... 55. Einer ist... Äh, okay. Einer ist... Nicht gut gegangen, aber der Gast immerhin. What the... Alter. Alter. Alter, ist die Waffe mies, ey. 1C mit der Knarre. Alter, die Arme weggeschossen. Ja, komm, zeig dich. Ah, verdammt. Ach, komm. Komm. Ich wollte doch nur hacken. Sehr ärgerlich jetzt. Aber nicht schlecht, die Knarre. Nicht schlecht, die Knifte. Und wenn man dann bedenkt, dass die noch nicht mal voll aufgepowert ist... Dann ist das schon, äh, nicht so ohne. Da geht noch was. Da geht definitiv noch was. So, selber nochmal. Okay, das ist das. Hier liegt was. Uh, wir könnten hier rein. Uh, epic. Epic. Ja, 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 ja. Bla, bla, bla. Ist ja gut. Dateien. Halt. Ah, komm. Brennen. Oh, 9000 Kürze, ey. Ist das geil. Ist das hart. Ich bin getroffen. Hilfe. Mhm. Boah, ho, ho, ho. 10.000, Alter. Was für Krippdinger. Mhm. Okay, lass mal gucken. Ähm. Das war was loswerden. Ein bisschen überladen mal wieder. Äh. Das bleibt die super. Das bleibt auch. Das ist in Ordnung. Das kann so bleiben. Neu. Kleidungsmod. 15 Kripptrefferchance. Machen wir das rein. Ähm. Den hier können wir mal zerlegen. 17. Okay, den haben wir. Ähm. Waffen ist das Problem. Äh. Schusswaffen. Ähm. Bitte mal sortieren nach. Qualität. So. Was willst du? Weg. 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 Äh. Kimo. Das bleibt. Scharfschützengewehr. Overwatch. Super. Meine beste Knarre. Die Lexington kann weg. Nekomata. Ja, eigentlich müsste ich den ganzen anderen. Also. Ne. Eigentlich. Wow. Money. Du wirst nach meiner Pfeife tanzen. Okay, die haben wir. Woop. Der war fies. Na komm Ja dann komm doch Zeig dich du Ach wir sollen die Bar schon wieder verlassen Ah verlangen verdammt Kann ich nicht 7 von 8 Shit Kein Problem wir holen es nach Wo bist du denn Ah brennen ein bisschen Top Schuss Alter Meine Güte Fette Beute Ich nehme mit was ich kriegen kann Euro Dollar Sind gerne gesehen Da geht es nach draußen Wir hätten auch immer in eine Leiter reinkommen können Interessant Okay da liegt noch was Na Cool wäre wenn man irgendwie so ein Skill hätte Mit Doppelpistolen oder sowas Weißt du So zweifach Pistole oder so Schon wieder überfüllt Ich werde wahnsinnig Meine Fresse Okay können wir uns auch verlinken Ein paar Komponenten nur abgreifen wenn es geht BD 7a Ah verdammt Naja 2 von 3 immerhin Besser als nix Leider schon wieder total überfüllt Brauchen dringend mehr Tragekraft Da ist noch Na komm Na Na Da ist auch noch ein Automat Den können wir auch noch quick hacken Vielleicht können wir uns dann gleich nochmal eine neue Waffe bauen So Da nochmal rein Äh 1c 1c Nochmal 1c Okay 55 55 Naja Okay Ähm Wir haben Levelaufstieg 18 von 20 Sind wir echt gut unterwegs Intelligenz Müssten wir eigentlich mal hochpushen Ähm Ist das hier Höht den Verkaufspreis Um 10% Passiv 5% Oder auf Techie Superleiter Panzerung Fog 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 All walls 5% Ähm Von allen Seiten Ähm Okay Oder wir gehen mal ein bisschen in Intelligenz noch rein Jetzt haben wir da hier Ein großer Schlaf Fast drin Jo Wir nehmen das hier mit den 50% mehr Dings Quick hacks Dann sollten wir vielleicht auch mal uns mit weiter beschäftigen Dass wir da vielleicht ein bisschen äh äh besser sind Ähm Nützt aber nix Wir müssen mal ganz kurz äh unsere Waffen ändern Ja Nimm das rein Reichweite Zeit fürs Zielen Lassen wir mal so Ey Wie ist das hier Weg Äh Weg 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 Äh Weg Weg Mit grünen Sachen gehen wir uns eigentlich gar nicht mehr so ähm Halten wir uns gar nicht mehr auf Quasar weg Lexington weg Saratoga mal weg Saratoga mal weg Saratoga mal weg Na Kampferfen Ich glaube ich muss mal ein paar Sachen äh äh ins Dings packen In unser Lager Ja Dank dir werde ich Karubo auf seiner letzten Reise aus der irdischen Existenz begleiten Eine erfreuliche Überraschung Auftrag abgeschlossen Du seist gepräsent Du seist gepräsent Wie erkennst du deinen wahren Wert Fuck Im Tod Stell dich ihm Blick ihm direkt ins Auge Johnny Ich hab dich Blutdruck fällt Neurogener Schock Er stürmt Wie Bist du da drin? Ach Mein Kopf Und was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen Du durchstreifst Night City Und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte Aber das hat dich nie davon abgehalten Die Dinge selbst in die Hand zu nehmen Glaubst du hast den Tod überlassen? Der Tod hat dich überlassen Wenn du töten musst Töte Wenn du alles niederbrennen musst Lass es brennen Teller me Auf den Bodenhandschloch Nicht bewegen Raus aus meinem Haus Sofort Was ist dir lieber? Ein Leben als wie nobody der pur halt wird Oder rumreich drauf gehen